Servus meine lieben Freunde, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zurück bei Shisha Taster mit einem neuen Video, aber heute geht es nicht um einen Tabak, nicht um eine Pfeife, um nichts anderes, sondern ich wollte euch einfach nur dicken dicken Dank sagen, denn wir haben die 1000 Abonnenten geknackt Leute und ich bin einfach nur verdammt nochmal happy, wir haben es geschafft, gestern Abend habe ich nur auf YouTube abgecheckt und dann sah ich nur 1000 Abos und dachte mir nur so, jawohl, Leute wir haben es geschafft, ich bin wirklich sprachlos gewesen gestern, wie schnell das eigentlich ging, jetzt von 900 auf die 1000, natürlich waren auch andere Leute dazu mitverantwortlich, zum Beispiel dass 187 das Video gepostet hat, ein bisschen supportet hat, ein bisschen Werbung gemacht hat sozusagen gleichzeitig für mich, da wirklich dicken dicken Dank, aber natürlich an euch, ihr seid die, die dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt die 1000 geknackt haben, die Leute, die von Tag 1 dabei sind, bis zu den Leuten, die gestern eingeschaltet haben, die gestern abonniert haben, ohne euch hätte ich das niemals geschafft und ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr dankbar Leute und natürlich will ich euch was zurückgeben und ich habe ja schon davor gesagt, es wird was kommen, gewinnspieltechnisches 1000 Abos, Special Gewinnspiel und es wird kommen Leute und ich werde jetzt nicht sagen, ey, nächste Woche oder besser gesagt nächsten Monat, übernächsten Monat oder nächstes Jahr kommt was Nein Leute, es kommt nächste Woche, heute Sonntag, jetzt diese Woche da drauf, kommt das dicke Gewinnspiel, ich habe mir die besten Leute zur Seite gezogen und habe mit denen was geplant, dicken dicken Dank an die, die da mitmachen Ich kann nur nicht sagen, wer genau es ist, lasst euch auf jeden Fall überraschen, aber ohne euch hätte ich das nicht auf die Beine gestellt und ich bin wirklich happy, dass ich euch an meiner Seite habe Und ja, nächste Woche Leute, kommt was dickes auf euch zu, das Ganze wird auf Facebook stattfinden, das heißt, wer kein Facebook hat, macht euch Facebook, es lohnt sich Och ne, ne, lass mal Und ich werde noch ein Video dazu rausballern, wenn das Gewinnspiel online ist, werde ich nochmal ein Video hier auf der Plattform YouTube natürlich raushauen, damit ihr wisst, ah, okay, Gewinnspiel ist online, gib ihm, teilnehmen Das kommt jetzt auch nächste Woche dann, was genau es ist und was man da gewinnen kann und 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 Lasst euch überraschen Leute, es wird euch gefallen, da bin ich mir zu 100% sicher und es wird einfach nur Hammer, es wird wirklich nur Hammer Das zum Gewinnspiel, das zum Special und ja, was wird noch kommen Leute und ich habe ja schon oft gesagt, ich will hier ein bisschen mehr Vollgas geben Wir haben jetzt die 1000 geknackt und jetzt wird wirklich in die Fresse gehauen Ich habe ja in den letzten Wochen, in den letzten Tagen wirklich versucht, kontinuierlich mal wirklich fast jeden Tag ein Video zu ballern und habe es eigentlich auch gut hinbekommen Und jetzt wird es auch so weitergehen Leute, ich versuche wirklich richtig, richtig Content zu geben, damit ihr wirklich mal mindestens mal 3-4 Mal die Woche Gucken könnt hier, was macht denn der Shisha Taster da und ja, ich werde da wirklich meinen Arsch aufreißen für euch, dass da wirklich vorangeht Und nicht nur hier Reviews und Shisha und danach haben wir mal Review Tabak und dann mal eine Produktvorstellung Nein, es kommt ein bisschen was anderes auch noch auf euch zu Leute, da habe ich wirklich sehr sehr viel im Kopf und ich werde es auch hoffentlich da auch bald umsetzen Und wir hatten ja in den letzten Wochen schon diese Real Talk Videos mit zum Beispiel Shisha oder Starsmokers Da habe ich ja die Hersteller hier hingeholt Kleines neues Format, damit ihr quasi den Hersteller hinter dem Produkt kennenlernen könnt Was ist das für ein Dude, ist der cool, ist der nicht cool Und ja, wir hatten jetzt zwei Videos online, jetzt kommt noch ein drittes und zwar mit dem Alpagan Viele werden ihn wahrscheinlich kennen, Alpa Tobacco, Alpagan, der Rapper, hat ja jetzt sein neues Album released, Al Pacino Und ich habe ihn getroffen und ich habe mit ihm zusammen ein Interview, ein Real Talk Video gemacht Zu seinem Tabak, natürlich auch zur Musik, Zukunftspläne und 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 Das kommt hier auch auf dem Kanal, also wirklich schön dranbleiben, abchecken Leute Ansonsten kann ich nicht mehr viel zu sagen, außer dicken dicken Dank Leute, wir geben jetzt Vollgas auf die nächsten 1000 Und ich würde sagen, das war es auch schon wieder mit dem Video Ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ihr einen Daumen nach oben abonnieren Leute natürlich Damit ihr hier immer up to date seid, auch wegen dem Gewinnspiel nächste Woche Damit ihr direkt, ah, Shisha Taster Gewinnspiel, gib ihm Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, bis dahin natürlich immer schön tasty bleiben Freunde Ich bin draußen, macht's schön gut, euer Shisha Taster, tschau Tschau Tschau